Freue erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Milliarden und Millionen Mal mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden ist zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater hoch. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Heiliger Josef, mehr für die Jesu Christi und wache Brötigamme der Allerheiligsten, Jungfrau Maria, bitte für uns und die Sterbenden dieses Tages. Und diese Nacht, Liebesachter, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig, wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesacht mit jedem Atemzug, mit jedem Pulschschlag, tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflammen in den Herzen der Menschen zu finden. Herzenstausch mit Jesus und der Heiligen Jungfrau Maria Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, bankermütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz. Damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kannst. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, bankermütiges Herz aus gegen dein heiligstes Herz. Damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kannst. Erfülle meine Bitte, du guter und getreuer Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Ave Maria, wie der heilige Gertrude offenbart. Sei gegrüßt, du weiße Lilie, der strahlenden und ewig ruenden Dreieinigkeit. Du leuchtende rose himmlische Anmut, von welcher der König der Himmel geboren und genähert werden wollte. Leere unsere Seele mit göttlichen Einstrengungen. Amen. Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater Pio. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützt und wiederherstellt. Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht, meinem Verstand, Körper, meiner Seele und meinem Geist. Bedecke mich mit dem allergrößbersten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, von der obersten Stelle meines Körpers, meines Kopfes bis zu meinen Füßen. Entferne alles, was in mir nicht sein sollte. Entwurzle alle ungesunden und abnormalen Zellen. Öffne verstoppte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wiederher und fülle sie wieder auf. Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des kostbaren Blutes Jesu. Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern, damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast, zu funktionieren. Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen, selbst die tiefsten Nischen des Herzens. Du, ich tränke mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart Liebe, Freude und deinem Frieden. Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens. Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben deinem Heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt. Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gott, die dreifältige, barmherzige Liebe, komme allen Menschen zugut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gott, die dreifältige, brennende Liebe, komme allen Menschen zugut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gott, die dreifältige, blutende Liebe, komme allen Menschen zugut. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, dein Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei der dreifältigen Liebe von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Abendgruß zum heiligsten Herzen, Jesu. Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, o göttlich Herz. In deine heilige Liebeswunder senk ich des Tages Freude und Schmerz. O Herz der Liebe, wer vertraute am Morgen ich des Tages Last? Und nicht umsonst dich auf dich baute, vollholt du mich gesegnet hast. Oh, habe Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand. Auch diese Nacht mich treu behüte durch deine heilige Ege fand. O göttlich Herz, all meine Sünden bereue ich aus Liebe zu dir. Oh, lasse mich Verzeihung finden, schenke deine Liebe aufs neue mir. Herz Jesu, innig, ich empfehle auch alle, meine lieben dir. Ich schütze sie an Leib und Seele, die Gute sie erwiesen mir. In deiner heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein. Oh, lass sie in der letzten Stunde mir eine Himmelssorte sein. Amen. Gelobt Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Mach ihr mit dem Kind ihr Lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen.